Hi Leute und Willkommen zu einer neuen Folge von Wizard Empire. Natürlich wieder heute mit dem Rathamoon und den Herrn Blaze. Hallo. Ist das laut hier? Geht alles sterben. Ja die machen das mein Blut wieder voll wird hier, wenn man letztes Mal so viel Blut verbraucht. Machen wir mal wieder Lochbuddeln oder? Ich weiß nicht. Können wir? Ja da brauchen wir richtig viel Blut für ne? Wir brauchen halt Rohstoffe ne? Ja dann würde ich sagen machen wir wieder Lochbuddeln. Nimm Schild mit. Was Schild? Ein Schild ja. Wieser Schild. Und Holz für Kisten. Ja Holz für Kisten wäre ganz gut. Wofür ein Schild? Da stehe ich jetzt nicht. Ja du weißt doch das tiefe Loch auf Doom oder keine Ahnung. Oder das Loch des Grauens. Kann man vor Ort craften. Kann man vor Ort craften. So was brauchen wir denn? Sagen wir 200.000 Blut für jeder? Oder reicht für so ein Loch oder? Guck mal gerade das dürfte ein bisschen dauern. Wir brauchen mehr Steine zum Opfer oder sowas. Keine Ahnung. Wie fährst du denn gerade schon? Ich weiß nicht. Ich halte halt drauf ne? Ja. Ich sag die Anzeige. 82.000. Ist ja nicht sonderlich viel. Ich hab gerade mal 38.000 was. Wieso fährst du gerade nicht gerade schon mal mehr? Nö es wird mehr. Es wird nicht weniger. Okay. Vielleicht sollte ich mal den anderen Opfer annehmen. Vielleicht gibt der mehr. Der Spenden zu spenden oder? Möglich. Keine Ahnung. Wir bräuchten eh mal den Next größeren. Echt? Ich weiß nicht. Dann müssen wir den Fuhres haben. Geht ja gar nicht. Ja. Ja. Dann müssen wir den Atar hernehmen. Dann müssen wir erstmal Duelle gewinnen. Das stimmt ja. Das war gut. Um Duelle zu gewinnen müssen wir erstmal Duelle machen. Ist ja keiner da. Oder die haben alle Angst vor uns. Kann auch sein. Ja. Oh nein. Ich hab ihn abgebaut. Wird auch gut. Also du hältst hier rechts immer auch, dass der ganze Ganze gedrückt hat und die Linke immer zwischendurch mal drücken. Genau. Mein Gott. Ja ist jetzt nicht so spannend aber wir müssen ja natürlich wieder Blut in unser System kriegen. Nur ein bisschen. Ja wenn wir tiefe Löcher boteln wollen dann brauchen wir das. Ressourcen sammeln. Bisschen zur Kisten über bleiben. Ja wir haben ja nichts mehr. Das ist ja das Problem. Ja. Ich hab noch einen Diamanten. Also jetzt wieder zwei glaube ich. Weil ich ja einen das letzte Mal gefunden hatte. Klick etwas zärtlicher. Sei liebevoll zu dem Kristall. Ich hab gedrückt. Schön. Da müssen wir nachgucken wie viele du du hast. Weil ich hab ja weniger als du. 218.000 218 Er wollte noch bis 2000 machen oder? Wenn du eine 200 lasst, ich mache noch weiter durch und dann kann ich das Loch etwas verschönern Eigentlich müsste ich mir jetzt noch eine Bound-Schoffel machen, aber da hast du eine glaube ich Ich habe eine, hast du keine? Nö Okay Oh ist das spannend, komm wie lange in 4 Minuten, machen wir das schon 4 Minuten lang nur Blutspenden Yeah Cool Was muss, das muss Guck mal wie viel ich habe 165.000 Gramm Das muss schneller gehen Du musst eine Möglichkeit kriegen mehr Blut zu kriegen oder? Ja wie gesagt, du kriegst ja über dein Altar hier schon was Ja aber das ist ja so wenig Ja du musst halt noch ein paar Dinger einbauen Und es gibt ja glaube ich auch noch Steine dafür Ja ja habe ich ja schon ein paar, da wo du gerade stehst, da sind ja alle solche Das ist halt auf Dauer, da musst du überlegen wenn das Ding eine Stunde drin liegt Kommt schon ein bisschen was bei rum Ja gut, da muss er auch schon drin liegen Oh Gott Vielleicht brauchen wir mal mehrere solche Altäre, die mich dann speisen Ich sehe schon wenn wir ein Duell machen, dann stehen wir auch erstmal, da haben wir ziemlich um Vorbereitungszeit, dann stehen wir jetzt hier und machen unsere Blutreserven voll Ja das dürfte halt eigentlich normalerweise nie leer sein Na ja wenn wir nicht solche Löcher buddeln würden Oh aber Löcher buddeln macht Spaß Ich weiß gar nicht wieviel als globales System reinpassen, bist du nicht schon beim Maximum? Warte ich guck kurz 321 Ich weiß nicht wo das Maximum ist, keine Ahnung Aber ich denke bei mir sollte das jetzt erstmal reichen Du spendest mit den gelben oder? Ja Um eine rechte Maustaste Dauer gedrückt halten Ja ja, habe ich auch Der Bildschirm wackelt so schön dabei Oh ja, Party Party hart Ich hab mir nur noch spendest, wenn du spendest immer noch, oder? Ja, hast du genug sein bei dir? 358.000 Ja Ich habe auch 72.000 Oh So ich mach mal noch schnell meine Taschen leer Ich glaub meine sind leer Ich lege mal schnell ins Bett Und meine eben nicht Guck mal in meinem Winter nach Also ganz leer ist es nicht, aber was soll ich machen? Können wir den Rest hin die Eierkissen facken im Moment Facken brauche ich im Moment auch nicht Dann haben wir mehr Platz So das Holz nehmen wir uns mit Und Und Da haben wir auch noch ein bisschen Oakwood Da haben wir gleich noch zwei Kisten Da haben wir auch noch ein paar Kisten Ja, ich hab jetzt zehn Kisten dabei Ich habe jetzt 20 Kisten dabei Übertreib doch Ich will mal kurz in meinem Hühnchen vorbeigucken Wie viele da schon wieder sind Wird dann manchmal in Richtung Loch Gehen, wenn ich nicht vom Server flieg Oh ja Einfach zitschle anmachen und dann ab und zu mal landen Gehen wir zum üblichen Loch, oder was? Natürlich Okay Die Frage ist, wo war das? Ach hier Wo bist du denn? Am Loch Dahinten bist du das da? Ja, ist nix natürlich da rum Bin da Müssen wir das Tischeln anlassen, ne? So Einfach daneben So Das müsste eigentlich passen Wo machst du? Rechtsklick ist das, ne? Flup Flup Hä, wieso kann ich mich Ist doch rechtsklick, oder? Doch, Erde geht doch nicht Also Schaufel Hast du die aktiviert? Ja Oh Die Hä? Muss ich das jetzt verstehen? Was denn? Wie konnte ich den Ground zu hart hitten? Du hast den Ground zu hart gehittet? Hast du deinen Sitschel nicht angehabt? Doch Aber ich bin, ich hab, es hat ja nicht geklappt Außer es hat geleckt, wie sauer Das kann natürlich sein, aber Ich bin mal rüber gerannt Das Spiel verarscht mich Möglich Ähm Zack, zack Sammeln wir mal nicht meine Items auf Wer weiß, wo die liegen gerade Keine Ahnung Also mein Sitsch lade ich an Hundertprozentig So, kann ich das irgendwie ausmachen? Was willst du ausmachen? Ich stehe gerade nicht so auf Wasserfall hier Kann ich den Ground nicht so hart gehitten Das geht gar nicht Vor allem hab ich nur mit der Schaufel gemacht Ich kann nur wüsstens die Erde oben weggemacht haben Vielleicht kann ich ja gar nicht gefallen sein Verstehe einer, wer ist das Spiel? Diamanten Komm ich denn da jetzt am besten ran? Keine Ahnung Also meine Sachen liegen alle oben Hier ist kein Loch, nichts Das ist gut Ja, Zidget ist jetzt sogar noch an Das Spiel verarscht mich Hundertpro So, jetzt einmal hier wieder rauskommen Ich hab nur noch 10.000 LP drin Das ist komisch Ja, dann buddel ich wohl kein Loch Ich geh wieder Blutspenden Hab ja mit uns nichts zu tun Wir haben das Spiel Wenn mich das verarschen will Dann kann ich das auch nichts zu So, und dann machen wir hier Eine einzelne vorerst mal Ja Das zieht jetzt gar nicht ein Nö, das zieht jetzt gar nicht ein Wo kann ja mein Blutspenden sein, was ich noch 10.000 drin habe Wie kann das denn sein, bitte? Wo ist der Rest hin? Das kann ich dir nicht sagen Na, jetzt ist mein Sohn auch noch wach Passt, läuft heute bei uns Der ist wahrscheinlich gleich, weil ich hier irgendwo mitten im Wald rumstehe Ich sitze mir auf den Baum Da bin ich ja da Jojo Das würde ich gerne mitnehmen Mimi Schiete Könnten wir irgendwann noch brauchen Wenn wir denn noch Platz hätten So Ich kann ja eh gerade nichts mehr aufnehmen, oder? Ein bisschen was noch So viel Zeug So viel Zeug Und wieder ab nach oben So, Cobblestone Wer auch immer den Cobblestone irgendwann braucht Keine Ahnung Da kommt dann der gute Stuff rein Und dann geht es nochmal ganz nach unten Boah, immer noch nicht alles Boah, diese Dunkelheit hier Hallo Fliegen Ne, ne, ne Das, das möchte ich behalten So, da sind wir wieder Boah, ging ja heute schnell Boah Wo ist denn das Loch? Hier wollte ich doch genau mein Loch eigentlich hier machen Wo ist denn dein Loch? Mein Loch geht hier am Baum runter Hä? Hast du ein Unterigeschloch gemacht, oder was? Ja, ich musste ja irgendwie an dem Dreck vorbei Achso So, erster Stuff ist alles gelootet Hab Spaß jetzt hier Ach, du hast ja den Kristall mitgenommen Das ist natürlich auch eine Möglichkeit Ja, ne So, dann werden wir hier mal weitermachen Wie viele hast du jetzt noch? 224.000 Also hast du gerade mal 100.000 gebraucht für so ein Loch Einmal Zweimal Dreimal Viermal Fünfmal Sechsmal Schlucht Siebenmal Achtmal Neunmal Zehnmal Zehnmal Also das ist 200.000 insgesamt Beobacht wahrscheinlich So, wo brauche ich dich auch immer gestorben bin Ich habe keine Ahnung Mein Kampf mag mich heute glaube ich nicht Ich glaube auch nicht Lalalalalalalala So Dann kann ich hier das Wasser wieder irgendwie abschalten oder so Magst du das Wasser nicht, oder wie? Oh ne, weißt du, wenn ich dann unten ersaufte Das ist nicht sonderlich schön Muss ich jetzt nicht unbedingt haben Wie bei der war Bei mir jetzt vier Minuten lang um uns Blut gespendet weiße Das ärgert mich So, wir müssen einfach jetzt Ground to Heart Bin nix runtergefallen weiße Ah, jetzt müssen wir jetzt ein bisschen Blut spenden erstmal wieder Äh Ich gehe bestimmt hier aufs Maul, weil wir einfach jetzt Kisten hingesetzt haben, was wir gar nicht durften Meinst du? Ja, keiner sein Aber irgendwo muss der Müll ja hin, ne? Damit die Welt nicht leckt Jep So, 154.000, jetzt mach ich mal hier Aber von da kommt auch noch Wasser Na komm, dann mit da hoch Oh Gott, der Kampf mit dem Wasser Oh, ich hätte ein Message da machen sollen Wo habe ich hier meine Kisten jetzt? Äh Chest Blub, blub Ich habe hier gerade echt zu kämpfen Blub, blub, echt? So, jetzt haben wir einen Cobblestone, Cobblestone Und hier alles, alles möglich Cobblestone Quartz Cobblestone, Cobblestone, Cobblestone Limestone, Cobblestone, 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 Cobblestone Ich muss irgendwo eine Kiste hinzunehmen, was ich mitnehme Hier direkt neben den Kristall kommt Das, was ich mitnehmen kann, dann hinterher, was sinnvoll ist Das war bis jetzt noch nicht viel So, wenn wir jetzt eh mal nach oben Das könnte jetzt relativ schwer werden Die kleine Öffnung hier zu hitten Meinst du? Ja Da Oh, jetzt habe ich mich nicht gesehen, jetzt bin ich Depp Ich komme da nicht raus Gib mir die Kiste wieder Danke Soll ich das vielleicht ein bisschen größer machen? Hier Nur ein ganz klein wenig Langweilig Ups So, kommt wieder hoch So ein Einer-Loch da herum zu treffen ist ganz schön schwer, oder? Ach nee Kommst du denn auf sowas? Das dachte ich, ist gerade so Was habe ich jetzt eigentlich noch? 115 Hm Brauchst du Cobblestone? Nee Ich habe schon zwei Kisten voll Das war ja nur Shit, was ich kriege, nur Scheiße, ey Alter Verwalter So, einmal hier rüber Müssig ist der ganze Gravel hier, ey Bisschen was passt noch rein Oh, da liegen Dias Ich sehe sie ganz genau Und wieder hoch Ja, das geht mir gerade nicht anders Runter und wieder hoch Runter und wieder hoch Und die zehn Kisten sind eindeutig zu wenig Definitiv Wir machen ja auch Raubbau, ey So, abwärts Äh, wo sind jetzt die ganzen Sind die Items jetzt despawned? Zu langsam bist ja Da waren Diamanten dabei Das ist auch so langsam Alles, das waren keine fünf Minuten Glaube ich Wir sind übrigens schon wieder bei 20 Jo Aber schluss machen Schön, bis zum nächsten Mal Tschüüüー Tschüüüü